da seid ihr ja mal richtig am Arsch heben Alter was passiert da? wow es hat mich hoch gezischt hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei ARK Fjodor schön dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast wie ich hier schon sehen kann sind wir fast in der Höhle drin und ich kann mich noch erinnern als ich mit einem Kollegen gezockt habe dass da sehr viel Getier war ich weiß jetzt bloß nicht was ich denke mal das sind Schlangen drin und Insekten und so und von hier aus kann man sehen dass da sich ein Ruhnstein befindet es ist von der Höhle her ziemlich laut da bin ich es ist da tatsächlich mitgekommen ok Schweinhorn sind hier drin also ein bisschen oh jetzt fährt es mir wieder ein wir sind Revenger alter Schwede Hammerhardt und hier kriegst du alle Kristalle was du gerne haben möchtest und ich frage mich echt was die Royal Red da drin macht gibt sie sich vielleicht da hoch oder so jetzt haben wir schon acht Stück alles klar ja ich muss ein bisschen darauf achten dass hier nicht alles rumklebt hier ist so ein Ladeterminal für die Elemente haben wir heute ja die waren Blutungsschaden ja 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 all die Gorsche du kriegst einen Cent weg ja das war zwar max level aber das ist mir jetzt auch Käse die anderen sind jetzt alle abgehauen ok die hat doch gerade irgendwas umgezischt hopp 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 Alter ist das süß aha wie geil ein lauter Schein war uns ich kann euch leider nur nicht mitnehmen ich bin schon dementsprechend voll ich bin schon dementsprechend voll ja die Einstellung vom Ding her ist ein bisschen höher mit der Faust wird das nichts kumpelt ok also noch blauer anscheinend ähm Kollege guck mal die Steine alter Schwede wie viele Steine brauche ich denn da du bekommst auf jeden Fall das, das und das die kannst du auch mitnehmen die Armbrust das Werkzeug nehme ich mit die Pfeile auch das und das den Rest kannst du wegschmeißen ok so jetzt haben wir den Argental jetzt fast bei 1000% und äh kurzen Koppel gemacht hier so so also wir haben blaue Edelsteine wir brauchen rote wir brauchen rote sind es eigentlich immer die gleichen sind mhm scheint so ja scheint so dass es immer die gleichen sind kurz 8 8 25 45 50 75 plus 8 83 also die blauen Edelsteine habe ich jetzt auf jeden Fall hier das hätten wir das hätten wir dann war es doch so dass du auch noch rote Edelsteine gebraucht hast den Gassammer 20 Stück da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken da müssen wir schauen ich darf auf jeden Fall hier nicht zu viel raus 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 Ich weiß nicht, ob ich das packe mit dem Agentar. Alles klar. Ah, du kleiner Sucke. So siehst du aus. Alter. Was bist du denn? Nein, 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 gespuckt wird hier nicht. Okay. Megalo Saus haben wir hier. Und mir geht bald meine Kacke kaputt. Ja, komm her, du krank. Das Zehner Kolumbia sollte man nicht außer Acht lassen. Und du sollst jetzt endlich mal die Viecher da fressen. Ei, 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 ei. Das ist vielleicht eine Nummer. Ja, ja, ja. Wenn wir ein Rocktrack Ei schnappen könnten. Das wäre dann genau. Ja, okay. Der schmeißt euch auch anscheinend runter. Habe ich gar nicht gewusst. Ohaah, hier findet ihr auch Karkinos. Okay. Wollen wir uns den Stein mal kurz. Wow. Es ist ein wunderschönes Biom. Ne, ich war nett hier. So, da war ein Bälse-Bufo-Sattel drin. Meisterhaft auch noch. Okay. Und ein Metallschild fortgeschritten. Hm. Vielleicht brauchen wir das. Ja. Kommt dummer Schatz meine. Das Licht an. Halleluja. Okay, also. Jetzt müssten dann die roten Steine sein. Ähm. Wo ist jetzt ja Karkino hingekommen? Muss ja auch noch aufs Dach aufpassen, gell? Da. Halleluja. Polovia sind ja hier auch. Äh. Ganz klasse. Das scheint hier ein Post-Terminal zu sein. Ja, 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 ja. Du halbe Post. Ja, ja, ja. Du halbe Post. Der hat auf jeden Fall Kut-Polymer gegeben, eh. Der hat auf jeden Fall Kut-Polymer. Das ist ja gut so. Aber ich sieht gut aus. muss ich mir merken weil das teil das war früher nicht drin aber geil sauber moment wenn das hier ist das nicht normal ja die haben die ganz normalen sachen reingebaut finde ich cool finde ich echt geil dass man das getan hat unsere blauen dinge haben wir nehmen wir die roten auch gleich mit nehmen wir mal so 100 mit hey dicker 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 bleib hier weißt doch ich hab angst die und die trocken wir das hau mal raus moment jetzt geil level 95 level 95 heißt mag man sauer oder der kommt noch nicht ist ja schade aber geile sache oder mal gucken was da noch so tief drei geht hier ja ja dass du max level irgendwo siehst das weiß ich ja du bist schon im mini level alter schade der schock kranke nummer oder ich bin ein bisschen ruhiger als sonst weil das ist hier ja keine leichte sache hier ich nehme mich mit was euch mal ich pulver geschossen naja da wird schon langsamer das ist aber kein problem ja du bist ziemlich schwer geworden alles mal raus ich muss doch nicht kristalle mitnehmen oder der hat alles mögliche eingesammelt was meckerst du denn du ach das war es verter leid alter die hat gemäckert weil ich da Müll hingeschmissen hab was ist das alter das ist name diese diese haufen sind nameless gift oder was jetzt verstehe ich was das war hier jetzt verstehe ich was das war hier ja du kommst auch bald dran wow nameless gift nameless gift habt ihr hier dann auch ampera versteckt wenn hier rockdreaks vorher waren wo sind jetzt die eier das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht ich bin geflogen ich glaube ich bin im kreis geflogen leise da bin ich wohl einmal zu viel im kreis geflogen aber irgendwo muss das nochmal gegeben haben ich fliege ja jetzt erstmal raus ich glaube da war noch ein zweiter eingang oder so aber cool zu wissen da müsste ein zweiter eingang noch mit spinos sein halt da war das gut sauber äh das kann man nicht alter hier hat es elementsplitter geil unverflüssigstes gas ähm Kollege nehme ich mit was bekommt man dann aus diesen Dingen hier raus nix nix okay interessant cool cool das ist elementsplitter hier ist das finde ich interessant was man so vergisst im Laufe der Zeit das kann ich ja mal mitnehmen ich glaube aus dem bekomme ich Benzin wenn ich es noch genau weiß wow hammerhart also diese Brocken sind alles Elementsplitter finde ich cool doch jetzt möchte ich eigentlich nur noch raus äh gehen wir so ich fliege hier dauernd um den Kreis herum schöne Sache aber wo ist jetzt dieser Eingang mit den Spinos gibt es denn überhaupt gab es denn überhaupt ich habe jetzt hier nur noch Scheinrons ein Artefakt habe ich jetzt aber auch keins gesehen obwohl ich hier irgendwas höre oder sind es die Kristalle da hätten wir noch ein Revenger da hätten wir noch ein Revenger da ist wieder die Plattform was ist da drin irgend so ein komisches Rackviech naja kann man nichts machen ist halt so fliegt man hier wieder raus weil selbst solche Gasstellen habe ich die nicht gefunden die nehmen mal mit sehr gut nehmen das Gift einfach mal so in der Höhle gehen wir raus hier wie ist das hier zu gelacht obwohl ich eigentlich gerne so ein Scheinhorn hätte was sagen wir diesen Ding hier auf Wiedersehen oder warte mal das ist hier unten das gibt es doch wohl nicht das ist die Folge wo wir wieder Ausdauer verlieren jetzt hier dann lasse ich wenigstens noch ein paar Sachen hier abbauen die Elemente sind geil so zack zack tschüss Scheinhorns macht's alles gut wir gehen jetzt wieder raus geil ja ich muss sagen die Ausbeute die hat sich gelohnt wenn es wieder umsteigt gucken wir mal ja es war ziemlich dunkle Geschichte so unsere Ausbeute das ist auf jeden Fall ein bisschen verflüssigtes Gas 193 rote Edelsteine 78 nehmen das Gift das hält auch relativ gut da müssen wir aber allerdings einen Kühlschrank bauen bisschen Polymer Splitter und 523 blaue Edelsteine und bauen müssen wir diesen Schutzanzug im Fabrikator ich sollte alles haben bis auf das bis auf diesen Ball wo man den bekommt sagt ihr mir wenn der Mikroraptor weg ist geil echt ohnwitz wo bekommt man das dieses Gas wenn ich das so rüber gucke lasst uns mal da rüberfliegen startet nicht noch ein bisschen Ausdauer zu holen aber das ist schön zu wissen dass in dieser Höhle Karkinos sind ein Karkinos ist ja ziemlich krass oder ich gehe mal da kurz rüber da unten da versammeln sich ein paar also ich weiß wie kommt man das Gas da drüben in rauen Mengen Junge Vater was da ist wie geht es hier rum rum geht und natürlich hat es den Nebel eingeschalten ist auch nicht schlecht also leichte FPS drauf gibt es auf jeden Fall 25er Haufen oha Basilisk 130 den sollten wir jetzt aber nicht das Hallo sagen ja unten ist er boah alter ok ich fange hier an zu kochen ich muss mich da echt geilen obwohl ich die Giddy Rüstung habe da drüben ist noch mal einer und hier auch einer das da seid ihr ja mal richtig am Arsch halter was passiert da wow es hat mich hochgezischt krass einmal mal kurz die Map von oben sehen was ist da unten rex und noch mal einer hat mich da mal kurz hochgehauen ist ja gar nicht so einfach hier machen wir kurz halten lang na krieg ich denn das ist eine geschichte hier es ist halt ziemlich heiß hier holen ja kann man die abbauen ja bau die ab aber lass dich nicht von den rechts fressen hier kollege ich möchte mit dir mit fliegen weil ich weiß nicht ob es mich auch weg scheppert hammerharte das war echt übel ist jetzt mal wieder gut hier endlich echt ohne witz wie könig hier runter ja das hat gut hingehauen hat der agentar wieder punkte bekommen kriegst du mal wieder ein bisschen auf geleben äh warte die steine die musst du nicht mitnehmen aber ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde wieder da ja wenn du bock hast noch andere folgen zu gucken hast du hat max level gekriegt wenn du bock hast weitere folgen zu sehen rechts oben in der ecke hast du die möglichkeit dazu die ganze arke playlist zu sehen guck einfach auf den kanal was dir so noch gefällt ich wünsche auf dir auf dir scheiße ich wünsche dir einen wunderschönen guten tag macht's gut und tschüss schütt